Ok, das sieht man vielleicht schon am Training, ne? Ja, dann gegen Wolfsburg AC, ne? Ja, genau, da sind wir wieder in der Startformation. Ah, ne Stunde noch, ne? Ah, dann spielen wir die erste Halbzeit bei Wolfsburg, äh, gegen Wolfsburg. Ah, vielleicht bleibst du auch länger drin. Vielleicht, wenn du nicht so viel sprintest, denk dir noch nicht, du bist ausgekauert. Jetzt, bei sowas kann ich aber auch spenden, ne? Ja, ich mein, du versuchst den nicht durchzudrücken, weißt du? Weil sonst bist du immer ausgepowert, ne? Ist ja auch nicht geil, wenn du immer ausgepowert bist. Ist auch nicht gut. Nein, leider nicht. Aber du empfiehlst dich halt auch für andere, für wichtige Spiele, ne? Und du demnächst vielleicht nicht nur in der Liga spielst, ne? Bei der Ecke wird das nichts. Der Torhüter ist ein Glatzkopf, cool. Geht wird sich aus. Der Torhüter. Ne? Genau, Digga, so schieße ich auch auf. Ja. Volley und danach. Guck dir das mal. Der Torhüter schlägt sich erstmal ein paar Mal. Ne? Ja, das ist Kofle außerdem. Der Torhüter. Ich würde es auch nicht fassen können. Mal sehen, ob wir heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Mal sehen, ob wir heute wieder Torhüter und es bleibt für uns zu retten, vielleicht doppelt. Der Spieler Linde vom gegnerischen Verein hat anscheinend zuerst einen Doppelpack gemacht. Ne? Der Torhüter. Ja, ich war ein Mal hier. Ja, guckt halt ganz beim sinken und steigen zu gucken. Es steigt, wenn du gut schwirn trist, aber es sinkt halt wieder, wenn du scheiße abspielst, ne? Karte zeigen. Ne? Aktion Karte zeigen. Ja. Ja, das war wieder direkt gegen den Torwart. Hä, es steht 0 zu 0. Ja. Ja, bei so einem Spielstand kannst du ihn gut gebrauchen. Ja, was er sonst will. Ja genau, als wenn das kein Abseits ist. Nein. Du läufst ja auch noch voll mit ihm rein. Da, da ist dein Schuss. Du hast übrigens jetzt 70 Schütze aufs Tor insgesamt. Ja, hast du gerade wieder deine Skills verbessert. Ich bin gerade gestöhnt. Der wird halt jetzt, glaube ich. Wie geht drei Leute denn plötzlich? So. Ich denke mal, dadurch, dass du in der Liga immer so gut jetzt Tore schießt und so, denke ich mal, das tue ich auch für weitere, für wichtigere Spiele empfehlen, ne? Weil es ist schon komisch, 25 Tore aus, wir haben ja insgesamt schon gemacht in der ganzen Karriere jetzt. Ähm, es ist, es ist nämlich komisch, dass ich, in der Liga lässt er ich immer die Start, zur Zeit zwar nur die erste Hälfte, aber lässt sich die Startformation stehen, ne? Und sobald ein Ligaspiel, wie Pokal oder Europa League kommt, bist du gleich raus, ne? Das ist sehr komisch. Nicht mehr als Auswechselspieler, einfach raus, ne? Hm, das finde ich immer sehr komisch. Weil deine Liga lieferst du auch gerade gut ab, ne? Weil so viele gute Stürmer-Aterativen zu dir scheint ehrlich zu haben, ne? Wenn du in der Liga immer beraten darfst als Erster. Oder, weiß ich nicht, was er mit Adi Jemi, den, glaube ich, jetzt nämlich in der Liga nicht drin ist, macht. Ja, er hat mich so weggedreht. Ich war vor ihnen, er macht so und dreht mich weg. So? Ja. Oh, 9,9 ist doch schon wieder eine gute Bewertung, ne? Superaktion, das ist die Bader-Oberhof, gut widerstehlich. Er lässt weiterlaufen. Klasse, durch den Vordergerät das Spiel nicht ins Stocken. Ach, wirklich? Ich dachte, wir machen jetzt ein Kugeln. Ne? Wir rollen den Beigunsturm so rein und wer zuerst da ist, darf ihn haben. Jetzt mal über den Spieler gesprungen. Ne? Ist ja immer sehr witzig. Trotzdem guter Versuch. Ja, Leon Koch lässt nichts anbrennen, deswegen ist er auch ein Koch. Ne? Tschüss, du mal. Lass mal kurz eine Übersicht über dich gesehen. Ne? Na, wer kriegt jetzt eine gelbe Karte? Der läuft schon so an. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte bis auf den Weg. Und jetzt muss er... Mann, der mit seinen Opel-Socken weiß, da ist er hingefallen. Ne? Wen gibt es jetzt der mit den Opel-Socken hingefallen? Ne? Es regnet. Keine große Mühe hier, bei den ungefährlichen Ballen. Junusowitsch. 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 Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Guck mal, der sieht aus wie ein Red Bull-Drink, ne? Der sieht aus wie eine Red Bull-Dose. Her, wo ist der bei da weg? Tomo, der Verteidiger hat den Ball noch abgefälscht. Warum heißt es Langlesien-Österreich-Eskimo? Es ist 2-1, es ist noch nichts verloren. So, Nachspielzeit angezeigt, gib noch mal 2 Minuten drauf. Linde. Antoine Bernet. Drei Treffer, Abwehr durch den 1 gesehen, 2-2, 1 der Pausenstand. Na, ob es das wieder ausgewechselt? Er spielt vorzusetzen, dann weiß ich das. Nee, du darfst weiterspielen. Guck mal, du darfst sogar einen Anstoß machen. Weil du so ein braver Junge bist. Ja, will er. So, wie immer, er will er alles so lange machen. Jetzt ist er auf und davon, den Ball einfach im Winkel, so 10, im Winkel so 10 Meter übers Tor zu zimmern, ne? Du hast 50 Zweikämpfe bestritten, nebenbei bemerkt. Du bist stärker geworden. Genau, glaube ich auch. Pelo Pessi ist verletzt. Oh, Digga. Da hast du von der Red Bull-Dose den Torwart gerade den Ball bekommen. Ich finde nämlich, das Torwart-Trikot sieht aus wie in der Red Bull-Dose. Eindeutig. Ja, also wirklich, da wäre etwas mehr Gefühl angezeigt gewesen. Jetzt bist du rausgeflogen. Du hast nicht genug Gefühl walten lassen.